Hallo und herzlich willkommen an die Ninjas. Scheiße, Alter. Egal, hallo und willkommen zurück zu Let's Play GTA Together Online. Das war jetzt total verwirrt. Ne, South Park. Letzte Ninja-Folge habe ich noch nicht gesehen. Das war aber nicht die Ninja-Folge, die die gute Ninja-Folge, oder? Nein. Ach, dieses Lied Protect My Balls ist vor ne GEMA jetzt auch zensiert, ne? Äh, ich glaube, hier ist ein Hacker drauf. Ja, ich hab ne... Vor meiner Hütte ist ein Tannenbaum, da dreht sich irgendwelche Propeller. Ähm, ich hab bei mir... Naja, ich hab nen Tannenbaum mit ne Garage und ne Halbpalfe. In der Garage drin stehen. Dann würde ich sagen, ich, äh, verpiss mich hier. Das klingt nach einem Plan. Neue Sitzung will ich nicht finden. Ja, lad mir mal, lad mir mal ein, genau, lad mich mal ein. Ach, warte, ich ergerbst gleich. Es ist... Oh, ich hab ein Auto in ne Garage gespawnt gekriegt. Wieder ne G-Klasse. Ich hab da schon eine. Ja, aber das Lustige war, bei der Zeiten, auf einmal, kurz bevor du gefehlt hast. Warum auch immer, das werden wir, werden wir später... Na, damit Herr, falls ihr gerade einschaltet, der hat die letzte Taten mit so einem gefehlt. Habe ich überhaupt nicht... Da lacht nichts auf der Straße. Da kam auf einmal plötzlich die Info oder das Pfad. Ich hab eh nichts gesehen, ich hab ein schwarzes Bild. Dann hat's bumm gemacht. Ja, äh, dann lad uns mal ein auf ne öffentliche... Ja? Ich muss deinen Schwarzuch dann abgeholt, äh, Word von Pegasus. Okay. In dem Moment. Ah, okay. Weil ich war ja noch ganz halt in deinem Ding drin. Mhm. In Kanon, sagen. Schlangen irgendwie total falsch. Aber okay. Das war gerade extremst falsch. Ja. Aber was mich so ein bisschen stört bei GTA halt, du hast ne Halfpap auf einmal in der Garage. Mit den ganzen Scheiß Hackern. Äh, ne Halfpap wär wär schön gut, aber wenn der nicht gehackt wäre. Äh, ja. Irgendwie will er gerade wieder nicht aufnehmen. So, warte, ich joinne dir. Ah, erstmal noch ein Weinchen. Ach, die Los Santos Connections? Ja, aber ich kann irgendwie gerade nicht aufnehmen. Der will nicht. Ah, dafür die Übel. Wieso? Das ist schon so lange nicht mehr gemacht. Okay, stimmt. Okay, ich weiß, was ich gleich nehme. Ah, so. Ja, so. Ja, bist du da? Bist du da? Bist du hier umfällig mit Cleared? Ich, ich fahre nicht zum Flughafen. Ah, ja, der Feuer, was? Er macht das wie Hagibeer. Kennst du die Hagibeer von Sassi und Hatsch? Nein. Der meint, ähm, wenn man schon weiß, wo das Ziel ist, warum sollte man da nicht schon warten? Klingt nach dem Park. Ist das dran, ne? Ja. Ach, keine Ahnung, ich kann den nicht aufnehmen. Mach ich's halt mal nie. Ich find das so krass, dass Miko 20 Level unter dir ist, Flo. Was, ein Suchtier, Alter! Ja, das bist du. Nach dem 150er. Das waren mal 10 Level. Ich bin 12 Level unter dir. Da gespielt, wo ich die Farbe hatte, das kann ich nicht mehr gespielt werden. Ich, was, was? Was hat das denn damit zu tun, dass du 20 Level über den Bissett? Dass er aufgeholt hat, ich will. Das war mal mehr. Nein, das war nicht mehr. Das war sogar weniger, mein ich. Das war mal mehr. Nein, nein. Ich mein sogar, das war viel, viel weniger. Und bei uns waren das, glaub ich, nur mal 5 Level. Und das sind jetzt 8. Trotzdem seid ihr alle Suchties. Sagt der, der Suchti. Ich hab ja direkt einen Account gekauft. Ja, also von daher. Ach so, ja, ja, klar. Ich hol mir die Drogenhandeln. Den Drogen, die lass ich jetzt eben Platz. Nein, nein, nicht einsteigen. Und dann treffen wir uns oben gleich, ne? Ich ruf schon mal Pegasus an, hol den Panzer. Richtig. Dann machen wir auch mich zum Airport. Ach, da war ja was. Ja, ich wollte ja auch telefonieren. Und jetzt macht Miko die ganze Zeit Telefonstreichen. Ja, was kann ich für sie tun? Ich will ihn doch nicht hören! Genau! Das ist ja nämlich wieder ein Family Guy mit Butter. Ja, mit Butter sag ich schon. Mit Stewie. Hi, du! Ja! Oh Gott! Ach ja, Family Guy. Ich liebe es. Oh, gestern lief auch letztens ne geile Folge auf dem Samstag, wo Brian... Gestern lief auch letztens ne geile Folge... Nein, auf dem Samstag lief ne geile Folge von Family Guy. Da meinte ja auch Stewie zum Brian, dass er nicht der Kumpel von Peter wär. Ja, kennst du die? Also, ein weiß ich nicht. Man hat ja so ein Szenario erstellt, wo sie sich eigentlich nicht kann und hat sich doch rausgestellt, dass es doch richtige Kumpels waren. Boah, ich kenne die bestimmt, oder? Sagt mir jetzt was. Die war doch ganz lustig. Wir hatten vorher Laser-Attack gespielt und Peter hat alle geschlagen. Okay, das ist die beste Stück. Alter, das ist ein... Ich höre Motorradfahren, also wir werden nie froh. Ich fahre gerade selbst Motorrad. Ja, ich fahre gerade selbst Motorrad. Ja, ja, das dachte ich mir schon so. Guck's, juhu, guck's. Gib das Hand frisch. Okay, Furore, wir treffen uns jetzt da oben, ne? Hat mir gleich mal so ein bisschen in den Runden. Wenn ich irgendwann, wenn ich irgendwann da hinkomme, dann vielleicht. Weil ich denke mal, dass sie mich jetzt nerven werden. Bin auf Gewicht zum R4. Okay. Haua. Hier kommen schon welche. Ja, gut, dann sollen sie dich nerven und nicht mich. Ja, da waren welche. Ah. Ich hab hintermessen auch schon welche. Ich hab' ich verfolgen. What the fuck? Ich hab' ja gar keinen. Ey. Das war ne rote Ampel, du blöder Hund. Was? Was? So. Wuff. Ein Problem schon mal weniger. Ja, wuff. Du blöder Hund, wuff. Oho. Puh. Oho. Oho, Sturmas. Oho, Sturmas. Oho. 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 Was kommt das denn? Nehm sie mich vielleicht kann sie die Leute herblinken. Haha. Na ja. Ja, der nicht schlagen Argumenten definitiv. Ja, der hat keine Zähne mehr. Haha. Die muss er nur Ocken haben. Ocken? Ja, Rupen. Tüten meinst du? Ha nicht, ja. Möpse? Wurr hat das Lager erreicht. Ja? Was hat gestürzt? Ohohohohoho. Oh Gott, oh Gott, schieß! Scheiße, äh, schieß! die verfahren problem gelöst jetzt muss ich mir gleich noch irgendwie ja bleib am besten stehen wenn du abbiegen willst du scheiße pkw so kriege ich ganz schnell kaputt irgendwo hier bei mir sind noch ein paar die mich nerven danke irgendwo da vorne an am tank oder anderen mülltonnen ich kann ja nicht beschossen die ich natürlich jetzt nicht sehen kann also schon wieder ein lieferwagen hinter mir was haben wir auf einmal schön wie der arm rumpflegen mache ich mir hier bemerkbar dass die leute umseite gehen ich glaube die merken dass auch so ein paar zurückspiegel sollten sie schon gedanken machen die funktionieren noch nicht die rückspiegel stimmt stimmt wie bei the crew ein spielung lassen wir das thema hatten wir schon mal ja aber nicht öffentlich diskutiert wir sind doch unter uns wie du sagst ach ja stimmt ja nein doch da ja da können wir über alles lästern losgelästern ich mache schon werbung für sein eigenes programm wer du ich wann habe ich das denn gemacht ist gerade was dein video titel lassen doch noch mal betonen wieder das hat eins oder was ja auf sat 1 das ist klar oder okay fliegt los machte verdammt was ist gibt es einen fußballspieler der so klingt keine ahnung wo er braucht nicht doch was ganz neu was muss ich abspringen gleich wieder das auto klauen damit ich erstmal über die rampe und dann toll ich bin am flughafen auch ich bin am angave ja ich hab es direkt laut gedacht mein gott merke ich mir wir sind unter uns er wird das auch sowieso nicht sehen das gleiche so eh nur deswegen da musst du das aber bei seinem kanal machen nicht mal meinen mal Verdammt! Dann verlinke ich dich so! Toys R Us! Toys R Us! Niko springen! Niko springen? Wer will jetzt doch hier abspringen! Party am Start, Alter! Sozusagen! Was war das, nochmal ne Hafti, ne? Jo! Zack! Warte! Ich seh schon hier die... Paketen! Jo! Der Furobot ist da! Ich dachte mir, dass wir ein anderes Spiel haben! Oh ja! Oh, das hat los Spaß gemacht! Äh... Ähm... Guck mal da oben, da fliegt irgendwas! Ein Heli oder was, glaube ich! Okay, ich bin gleich da! Kann sich nur noch um Stunden handeln! Was? Das Ding lebt noch? Das Ding lebt noch? Das Ding lebt noch? Das Ding lebt noch! Ich glaube, der ist schon weg! Ne, der steht da noch! Noch! Da stehen zwei, ne? Ja! Da... Moment mal! Da stand einer! Ne, da steht immer noch einer! Ne, da steht immer noch einer! Wir reden von den Helis! Aber okay! Ich fliegen! Juhu, lass einen heile! Oder scheiße, wir haben noch einen! Ja, wir haben noch den vom Floh! Richtig! Na, der sieht doch Tacko aus! Dann willst du! Leicht am Dampfen, aber ganz leicht! Ich kann jetzt hier nichts erkennen, also von daher... Da ist nur noch der, sind nur noch die da oben! Das Ding da reinigen! Okay! Warte, warte, ich muss eben noch was Wichtiges machen! Ich fahr da schon mal entgegen! Ja, hier! Kann ich den mitnehmen? Uch, hier steht ja noch einer! Ne, der ist hinter! Oh, Speis, hab ich das auf normal eingestellt? Ne, glaub ich nicht! Ja, guck mal Team Leben, Mann! Es eins, das passt! Oh Gott! Ein Team Leben hast du bei Schwer! Hä? Der voller einfach! Äh, oder? Wasch, doch hast du! Bei der normalen Schwelle heißt, hast du keins! Stimmt, hat er recht! Wir haben das schon... Oh Gott, was ist das denn? Bei der Titan, glaub ich, aber auch nicht! Doch! Das ist normal! Da ging es ja noch weiter! Da ging es ja noch weiter! Da war mein Fehler, weil ich hab mich heilen wollen! Okay! War da noch einer? Ja, mehrere! Paul ist schon da! Flo, du musst, ähm, gucken, den, den Hubschrauber musst du noch platt machen! Den, den Jet, ja! Den Jet, ja! Ich stelle mir hinter der Kiste! Ja, da ist schon weg! Ich schnapp mir den anderen Pisser jetzt, Alter! Jetzt wird gerachet! Hab das Ding im Visier! Gut! Ich meine, ich hab keine Ahnung, ob der Jet natürlich abhebt, ne? Aber halt mal trotzdem Auge drauf! Ja, er stand da so verdächtig, ne? Genau! Okay, wir haben das kurz! Alles klar! Hafti! Brennt schon, aber er fliegt noch! Hafti zünden! Ja, ich sag doch, ich bin gestorben! Dann geht die Hafti! Ich stelle das Zeh ab! Versteh... Ah, ich versteh hier erst! Idiot! Aber die sind neu hier, kann das sein? Ist abgestürzt! Okay, der Heli, der spawnt manchmal! Ne, die hier stehen, die sind neu! Die schamvollen nicht, oder? Das ist ein Heli gespawnt! Miko von, ähm, links kommt ein Auto! Ich seh... Lass es meine Sorge sein! Ja, au! Das werde ich dir auch überlassen! Das ist auch besser so! Ein Panzer steckt man sich am besten nicht im Weg! Ne, das stimmt! Mit wem willst du mitfliegen? Boah! Gute Frage, ey! Ach Flo, ihr habt die gleiche Farbe! Alles klar! Ihr seid beide schwarz! Ey! Ich kann nicht ein schwarzer Auto haben! Was willst du? Der hat aber ne schwarze Unterhose an! Nein, der... Nein, grün! Er ist ja grinnenschwarzer! Achso, stimmt ja! Ich weiß, es ist anstrengend mit uns! Ach, Quatsch! Deswegen hat er aber so viele Millionen auf dem Konto, weil er nicht einem Weihnachtsgeschenk kauft! So, und wie geht's jetzt? Verzeih! Den Schock erst mal einen Schluck, ey! Aber ich finde irgendwie, wenn du das GTA rennen lässt und dann hochlädst, leidet doch so ein bisschen die Qualität, kann das sein? Ne Ahnung, ich kann auch jetzt irgendwie grad nicht aufnehmen und hab's gerade eingestellt, dass er hoch aufnimmt und mit 60 FPS... Okay... Aber im Moment, wenn ich jetzt auf die Playtaste drückt, passiert halt nichts, dann ist das Problem... Ist komisch... Juhu... Tschö, Mikko, hau rein! Alles klar, ich spring auch ab! Oh verdammt! Alter! Habt ihr das grad zufällig gesehen? Habt ihr das grad zufällig gesehen? Nö... Dann werdet ihr das in der Aufnahme sehen... Dann würd ich das wieder... Dann würd ich das wieder... Dann würd ich das wieder diskliken! Also, so schön ist es jetzt noch nicht jemand vom Dach gefallen und... Dass einem der Heli auf den Kopf fällt... Das geilste war... Das geilste war... Mit der... Mit der Explosion... Ja, wo du da durchfliegst mit deinem Lech... Ne, weißt du, das geilste war... Stirbst und äh... Und schmickerst direkt! Ja... Bei der heiße mit dem Mopedfahrer, den wir ins Tor gemacht haben...